In Spanien, da gibt es Mädchen, die sind ja frischer, wie frische Brötchen. So man sie denken, so man sie küsst, ja, dass man Spanien schreckt, sie eifersüchtig ist. Eifersüchtig ist sie, man in Spanien, da gibt es Mädchen, die sind ja frischer, wie frische Brötchen. So man sie denken, so man sie küsst, ja, dass man Spanien schreckt, sie eifersüchtig ist. eifersüchtig ist, ich, ich. Sieh man in Spanien, da gibt es Mädchen, die sind ja frischer, wie frische Brötchen. So man sie denken, so man sie küsst. Ja, dass man Fahne schreckt, die eifersüchtig ist, eifersüchtig ist, ja ja. Okay. Siehste wohl, da kommt er, lange Schritte nimmt er. Siehste wohl, da kommt er schon, der verfluchte Schwiegersohn. Es war in Schöneberg, in das Mai, ein kleines Mädchen war auch dabei. Sie hat den Buhenzern sogar geküsst, weil sie alles eifersüchtig ist, eifersüchtig ist. Ja ja, ja ja, ja ja. So, das war die Geschichte von meiner Mutter und mir. Und Dankeschön und Tschüssi, Mama, Ciao. Jugo.